Wie fängt man eine große Liebesgeschichte an, von der man weiß, dass sie bald enden wird? Wenn es klappen soll mit dem Leben, dann muss man es lieben. Und zwar nedingungslos. Und sofort. Das wird großartig! Denn es kann ganz plötzlich vorbei sein. Wenn das so ist, wie Sie sagen, dann wie lange? Vielleicht bis Weihnachten. Dies ist Weihnachten. Ich heiße übrigens Steffi. Ich heiß Steve. Steffi ist weg. Sie ist mit diesem Zirkustypen unterwegs. Ich war hier hinterher. Ich pack's in ein paar Sachen. Der Weg ist das Ziel, sagt man. Ich bin auf dem Weg nach Paris. Ich sauf hier, du lernst Scheiße. Manchmal kann der Weg so schön sein, dass man das Ziel glatt vergisst. Kann man auf Kühen eigentlich reiten? Ah, fuck! Das war jetzt ne Scheißidee! Ich weiß nicht, ob ich das, was so schön am meisten vermissen werde. Oder das, was ich nicht mehr geschafft habe. Steffi? Steffi! Hi. Ich bin Steve. Was? Ich hole ihm Glasplüter aus dem Hintern. Sie ist tätowiert. Was hat sie tätowiert? Gott, du kannst ein Arsch sein. Was? Ist das die Krankheit? Nee, das ist ja Tequila. Das ist ja Tequila. Stopp'd.